Hallo, ich bin Lee und heute möchte ich ein bisschen sagen über zwei Methoden für Sprachlernen, das ich sehr oft benutze. Der erste ist ein Website, der Duolingo heißt. Da, man kann sehr, sehr viele Sprachen wählen, das man lernen will und ich mag es, weil es wie ein Spiel scheint. Zum Beispiel, wenn sie ein RPG-Videospiel gespielt haben, es scheint wie ein Skilltree oder ein Baum von Skills oder was. Ich weiß nicht genau, was das Wort auf Deutsch ist, aber es ist sehr leicht zu verstehen und man kann sehr gut sehen, wie weit man geht auf dem Weg für Sprachlernen. Und auch kann man Texte übersetzen und diese Texte kommen von anderen Websites oder vielleicht Bücher und das ist für ein, für die Ziel dieses Websites und das ist dem ganzen Internet zu übersetzen. Und die zweite Methode ist Videospiele spielen. Man kann einfach eine Sprache in einem Videospiel wechseln. Zum Beispiel, ich benutze oft Deutsch und Japanisch. Dark Souls ist ein, eine von diesen Spielen, doch das ist, dass ich sehr oft auf Deutsch spiele. Und wenn man spielt, man soll, ähm, 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 passiv, sehr passiv lernen. Und das heißt, ähm, ähm, nicht jedes Wort zu übersetzen, ähm, zu übersetzen, ähm, zu übersetzen, ähm, sondern, ähm, lesen und versuchen zu verstehen in irgendeinem Kontext. Ähm, 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 und vielleicht für die Wörter, ähm, die man nicht kennt, man kann nur schreiben und später, ähm, ähm, übersetzen mit einem Wörterbuch. Ähm, das ist für mich sehr einfach und, ähm, Spaß, ähm, und, ähm, ja, ich glaube, dass wenn man, äh, dass wenn man ein, ähm, eine Sprache lernt, man muss, ähm, ein bisschen Spaß haben. Ähm, ähm, es soll nicht immer ein, eine, eine große, ähm, Ding so sein. Ähm, das meine ich, ähm, 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 viele Leute glauben, dass, ähm, studieren ist, ähm, blöd oder, ähm, was ist das? Ich habe das Wort vergessen, aber auf Englisch boring, ähm, dass es nicht Spaß ist, ähm, 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 aber, ähm, ja, ich finde Sprachlernen sehr, sehr Spaß, wenn ich, ähm, 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 diese zwei Methode, ähm, 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 versuche. Ähm, 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 und, ja, ähm, ich glaube, das ist alles für heute. Ähm, ähm, wenn man, ähm, wenn Sie Fragen haben, bitte, ähm, schreiben Kommentare, ähm, und vielleicht, ähm, sagen Sie bitte etwas, das Sie in der Zukunft, ähm, ähm, sehen wollen. Ähm, ähm, aber für heute, ähm, auf Wiedersehen.